Leute, guckt euch mal die Taschenlampe an. Das ist eine richtige, richtige und sogar mit Batterien auch noch mal irre. Boah, guckt euch mal das Teil aus Metall, nicht so Plastik. Boah, ist ja irre. Ist die toll oder ist die toll? Noch mal gucken. Ne, sind da noch keine Batterien drin. Können wir noch nicht die Lucy anleuchten. Oh, die ist der Hammer. Die ist echt der Hammer. Das ist alles Hammer hier. Guck mal, sitzt mal wieder schön. Das ist dein Pupo, wo bist du denn? Ja, hallo Spatzi Bär. Warst du schon wieder verputzt? Jetzt machen wir mal ein kleines Bäuschen. Uns habt ihr ja das ganze Päckchen in einen Dach verdrückt. Baumwollbeutel, ich bin immer so froh. Die kann man immer super gebrauchen. Ich finde die so toll. Guck mal, ich weiß gar nicht, wo ich überall hingucken soll. Batterien, Spitze. Spitze, da kann ich meine kleine Taschenlampe auch wieder bestücken. Ah, wie schön, das auch verpackt war. Guckt euch das mal an. Irre. Boah. Von Genie. Ach, Gali, komm, du kriegst auch noch ein. Ja, guck doch mal. Ja, fein. Jetzt willst du natürlich... Ach, kommt, egal. Hm? Ja, was soll's, ne? Schnauzi. Schnauzi, warte. Oh, ich drehe mich ja schon. Jetzt bist du auch schon fertig hier verflixt. Ja, komm. Es ist ja nicht so, dass jeden Tag Päckchen kommen. Da können wir auch mal schlemmen, ne? Da können wir auch mal schlemmen, ne? Ja. Oh, ist das toll. Das ist so toll. Und die finde ich auch super toll für den Simba. Der frisst die so gerne, wenn der seine Tablette genommen hat. Soll.